Zeit mal wieder ein bisschen Zeit zu fahren auf der GBA Mario Circuit Strecke. Nun, die ist lang und langweilig, wie es scheint. Keine Hindernisse, nichts, einfach nur langweilig, wie sie halt auf dem GBA aussah. Ja, eine ziemlich lange Runde und die Strecke ist halt leer, wie noch was. Aber ja, ich mach das jetzt deswegen mit dem Zeit fahren, weil ich gerne mal vorwärts kommen möchte und das klappt nur, wenn wir das hier mal ein bisschen schnell abarbeiten. Nicht wahr? Äh, ja, warum die Strecke vor der Linie endet, weiß ich nicht, aber okay. Bis zur nächsten Strecke, ciao!